Ja und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Reaction Video und zwar reagiere ich heute auf A.Pink, auf zwei Songs. Und der erste Song ist I'm So Sick und ja, also viel kenne ich jetzt nicht über A.Pink, muss ich sagen. Also ich kenne ein paar Songs, aber sehr wenige. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns jetzt einmal I'm So Sick an, aber ich habe ein Bias und zwar ist das Kim Namjoo. Ich habe nämlich letztens ihren Solo-Song gehört, also letztes Jahr. Und dann wurde ich ein bisschen neugierig. Ja, fangen wir mal an. Oh, wie hübsch. Das war Bumi, ne? Aber die Namen kenne ich mittlerweile. Oh mein Gott, ich kriege Hunger. Oh mein Gott, ich kriege Hunger. Oh mein Gott, ich kriege Hunger. Das ist Hè Young? Hè Young? Oh, Bumi. Oh wow Wow. Bye, bye, bye. Das ist Na... Naien? Naien? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Das ist aber schon wrong, ne? Ja. Yes, I love you. I love you all. Solche Beauties, ne? Ah, Make-up. Ich liebe das Make-up, ne? Boah, die hat eine richtig gute Stimme. OMG? OMG? Ich meine, OMG hält sie, aber ja, wahrscheinlich wieder falsch abgesprochen. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Shorong hat eine sehr gute Stimme. Alle? Boah. Alle. Alle haben geile Stimmen. Outfits on point. Oh, wow. Wird der Lichterkette. Boah, wie gerne ich jetzt da am Tisch mitsitzen würde, ne? Oh, einfach so mit denen zusammen chillen, essen, trinken. Das ist Namjo. Kim Namjo. Bye, bye, bye. So, baby, bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Oh, sie sind so toll aus. Oh, der Song ist richtig gut. Hat für mich auch so ein bisschen so Disco-Flair ein bisschen, finde ich. Ja, nicht schlecht, Herr Spicht. Also, ey, Pink. Ich hatte die lange nicht auf dem Schirm, aber die gefallen mir. Äh, seit dem Song, äh, wie hieß der nochmal? Dom Darum. Und jetzt reagieren wir auf Dom Darum. Den Song kenne ich zwar schon, aber wir schauen uns den trotzdem mal gemeinsam an. Oh, ich finde ihn richtig gut. Oh. Wow. Gucci. Outfits. Ich liebe schwarze Outfits. Die Stimme, ne? Na, yo. Ich finde, sie hat eine sehr interessante Stimme. Ja, schwarze Outfits. Ja, schwarze Outfits. Ja, schwarze Outfits. Rot steht dir richtig gut. Ich liebe diese Song. Wow, wie die Bahn sieht so geil aus, ne? Ha Young, wenn man sie so ausspricht, hat so einer bestimmt, wie hoch die singen kann, ne? Oh, war das gleich? Wow, richtig nice. Auch das Make-up. Wow, das sieht so geil aus. Wow, dieses Outfit mit den Stiefeln. Wow. Wow, Stimme. Wow, das ist auch geil. Wie ist das, ne? Wow, geil. Gumi, yes. Yes, girls. Das sieht richtig nice aus. Ich glaube, Gumi ist Main Dancer, ne? Geil, geil, geil. Oh, sexy. Sexy Kim Namjoo. Boah, mega catchy, ne? Da würde ich jetzt gerne mitsitzen, ne? Hammer. Hammer. Ja, mega. Ja, das Album Look. Das habe ich mir sogar letztes Jahr geholt. Richtig gute Songs drauf. Kann ich euch empfehlen. Hört mal in das Album Look rein. Mega. Ja. Also beide Songs mega cool. Mega. Den einen Song, den ich noch gut finde, ist irgendwas mit Prozenten. Oink, oink, oink. Irgendwie sowas. Irgendwie so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der ist auch richtig gut. Ich muss mir mal die ganz alten Songs anhören. Das sollen ja wohl auch mega catchy gewesen sein. Und ja, ich hoffe so sehr, dass die mal wieder ein Comeback haben. Es ist ja jetzt schon fast ein Jahr her, als dieser Song hier rauskam. Ich hoffe sehr. Ich bin schon richtig gespannt. Aber ich habe gehört, sie arbeiten schon an neuen Songs. Und bin ich mal gespannt, wann ihr Comeback dieses Jahr ist. Ja. Ja, gut. Das war's dann mit mir hier. Ich gehe jetzt gleich schlafen, eventuell. Ich mache mal nochmal was zu essen. Und dann gehe ich ins Bettchen. So, euch wünsche ich euch, euch wünsche ich euch, zweimal euch. Und dann auch noch komisch ausgesprochen. Alles klar. Naja, bis dann Leute. Tschüss.